Hallo, willkommen bei Mario Party 1, ist es glaube ich, über Switch Online. Sie haben Mario Party endlich hinzugefügt. Endlich? Oh, es ist da. Ja, und wir bedachten, wir sollten eine Runde spielen. Yeah. Zeit, unsere Handflächen zu zerstören. Yeah. Da ist sogar so ein Disclaimer. Ich skipp das mal. Was man im Spiel nicht machen soll. Spiel pausieren. Ja, ist ja gut. Geh doch weg, du blöde Meldung. Was will die Meldung gerade von mir? Guck mal, wie sehr das im Remake so aussieht. Das wusste ich gar nicht. Wie kriege ich jetzt? Sie verschwindet einfach. Warum war sie überhaupt da? Okay. Mario Party Superstars Menü ist auch so. Und ich hatte keine Ahnung. Ich habe den Teil hier selten gespielt. Ich hätte es aber auch vergessen, dass das so ähnlich war. Ja, eben. Es war eine komplette Anspielung. Also, das war nicht meine Anspielung. Es war einfach 1 zu 1 das Remake. Ach so geht das mit der Hand. Wie viele Spieler sollen teilnehmen? Dann nehme ich doch mal das hier. Machen wir drei. Und Johnny ist als Zuschauer dabei. Wie fändet ihr das? Ja, finde ich gut. Hey. Und ploppt unten die ganze Zeit so ein komisches Infoteil auf. Können die mich nicht in Ruhe lassen? Ich weiß nicht, was für ein Infoteil ist. Oh, die goldenen Donkey-Geräusche. Wer bin ich überhaupt? Mag jemand? Ja, danke. Du bist drei. Das siehst du da links. Hä? Ja, wir sind uns zu Yoshi. Du bist mal Mario. Ich bin vier. Oh. Ja. Da wollte ich auch. Warum bin ich hier? Warte mal kurz. Das gewünschte Spielbrett. Wir haben DK-Dschungel-Abenteuer. Peach-Geburtstagstorte. Oh, ich wäre für die Torte. Tropeninsel. Varios Kanonen-Kanonen. Boah. Nein, wir meinen Kanonen-Kanonen-Kanonen. Das klingt so cool. Kanonen-Kanonen. Es geht nicht, wir können hier nur 20 machen. 20? 25, 50, ja. Huiuiuiui, das wird ein bisschen dauern. Entspannter 1,5 Stunden stehen uns bevor. Ja, das sollte man gucken. Wir haben halt nicht so viele Möglichkeiten mit Items und so in dem Spiel. Das heißt, die normalen Brettrunden gehen ein bisschen fixer rum. Ich muss eine Frage stellen. Ich habe nie Nintendo 64-Spiele wirklich hier über Nintendo Online gespielt. Aber dieser Balkedown mit Start-Knopf- und Pausen-Menü, kann man den nicht wegmachen? Ja, das dachte ich auch. Ich habe den gar nicht. Irgendwie kann man den wegmachen, ja. Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe den nicht da. Aber du kannst den wegmachen. Ja, man kann es mir nur ausblenden, auf jeden Fall. Irgendwie geht's. Der alte Cooper. Wenn du auf Minus gehst, dann sollte, glaube ich... Oh, oh Gott. Dann wird die Partie beendet. Auf Minus auf gar keinen Fall gehen. Früher geht die Kontrolle wieder ab. Soll das denn? Wirst du sofort fahren? Nein. Okay. Okay. Yo, let's go. Ich schätze, ich schätze mal eine Start-Knopf- Yes, nicht letzter. Oh, ich hätte so ein Gefühl, ich bin jetzt ein Eis-Gefühl. Morgi ist dritter. Nicht letzter. Das ist strategisch der schlechteste Platz der dritte. Gott, Donkey Kong sieht so mies aus in diesem Spiel. Ich liebe es. Ja, er ist ein bisschen aufwendiger als der Rest. Wir können ihn schlecht darstellen. Die sehen alle nicht besonders gut aus. Bowser Augen. Wenn Toad sieht super aus. Toad sieht gut aus. Der erste Stern ist beim Kanoni. 20... Oh, schau ich den BuHu an. Der sah auch nicht gut aus. Seid für ein verrücktes Abenteuer, Arschkeks. Ich muss sagen... Also so edgy. Nintendo 64 Grafiken. Ich habe das Gefühl, sie funktionieren besser, wenn man sie auf 240p lässt und nicht hochskaliert. Ja, aber irgendwas... Ich mag das hier irgendwie. Ja, es ist ganz nett, aber... Es gibt sie halt besser, wenn man sie aufskaliert hat. Also die Leute, die ich wohl haben, wenn Morgi das Video nur in 240p hochgeladen hat. Kanone laden. Oh mein Gott. Den ist so aufdringlich. Tschüss. Okay, aufpassen. Oh, verstehe. Das ist eine coole. Ja, das ist das Gimick. Warte, ist das Teil 1, das wir spielen? Ja, das Teil 1. Ich habe absolut keine Erinnerung daran. Ich habe da jetzt aber zu viel gespielt. Ich habe auch eins gespielt. Ich habe sie gespielt. Guck mal, wie klein euch das Kopf ist. Man muss da nur vorbeilaufen und man muss schon in die Kanone. Ja, das ist halt das ganze Ding. Das heißt, man muss auch immer aufpassen, wo man hier lang geht. Wusste ich als Kind nicht, dass es mehrere Maps gibt? Vielleicht. Du wirst einfach kein Bock auf Varius Kanonen kennen. Oh, shit. Tatsächlich. Wenn du als Fragezeichenfeld kommen solltest, drehst du alle Kanonen um. Das ist dann ganz schön. Oh. Erster Platz für DK. Dieser kleine Vario-Pin da im Boden. Der hat Start gedrückt. Ja, ich wollte schauen, ob ich das ausblenden kann. Es gibt halt auf jeden Fall ein Menü irgendwie. Jetzt habe ich auch den komischen Zeiger hier. Was will denn der? Geh er weg. Geh mal nach da. Da. Ja. Geh mit diesem Zeiger. Ich kriege den jetzt wieder weg. Okay, er verschwindet mit der Zeit. Ja, der verschwindet von alleine. Das war ein böser Pilz. Oh nein, gehört auch auf dem zu applaudieren. Das war doch überhaupt nicht gut. Hey, du siehst es. Oh, wow. Du siehst nicht, was das ist. Gestrandet. Reise nach Toad City. Oh, ist die Reise nach Jerusalem. Ich bin auf dem Weg nach Toad City. Waren hier schon immer alle Spiele schon direkt freigeschaltet? Nein. Weil gar keine Fragezeichen lassen. Oh, wie der Toad reingeschmissen wird. Wenn die Musik zu Ende ist, laufe und springe als Erster auf den Pilz der Mitte, um zur Truhe zu gelangen. Stammvertacke, angreifen, springen. War da nicht irgendwie die Störung anders oder war das ein anderes Spiel? Das ist ein anderes Spiel. Du meinst, wo man so verwirrt ist? Genau, genau. Also, das ist ein anderes Spiel. Aber es sieht genau so aus, oder? Da hat man so einen Plattenspieler. Das ist ähnlich. Nee, da ist man auch einen Plattenspieler. Wenn die Musik aufhört, müssen wir laufen, oder? In so einem Koffer. Ach, nee. Das war sehr schnell alles zu Ende. Was? Ich dachte, man muss draußen stehen. Ich habe vor allem verkackt. Ja, ich dachte, ich muss nicht in die Mitte laufen. Ja, ich dachte, wir müssen uns einen Stuhl sichern, oder so. Kurze Frage. Hat einer von euch schon mal Mario Party jetzt auf der Switch gespielt? Ja. Nummer 1 Party, 2. Okay. Alles klar, was bin ich schon mal? Nee. Ach so, meinst du von dir. Ey, ich habe zweimal eine 2 gewürfelt. Das war, ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass das so schnell rum war. Oh, oh. Tully hat wie immer trainiert. Wie, wie, was passiert denn sonst? Wir ändern die Ziele. Oh, yes. Das heißt, ich komme woanders hin. Ja, also, in die schlechte Zone kommst du jetzt wahrscheinlich. Oh. Wir gehen jetzt zum Anfang zurück. Wir können dann Cooper vorbeigehen und sonst hier einen Münzensnacken. Oh, jetzt einen Münzensnacken. Nein! Naja, drei Münzen-Hastwerke-Snacks. Was ist das für eine Johnny-Tier-Runde? Jetzt werde ich sogar von Yoshi überholt. Ich liebe die, guck mal, diese kleinen Versionen von euch, die da im Boden stecken. Ja, ne, das ist, ich, ich, die sind so doof. Ich mag nicht. Hau den Fully! Oh, es geht los, Fully glaubt nicht an Zahnfläche drehen. Nein, glaube ich auch nicht. Er wird es nicht tun. Geh mal auf Control gleich. Ihr seid mein Gegner. Das ist doch gut, wir können ihn, wir können ihn abziehen. Ja, er wird abgezogen. Der wird so abgezogen. Ich ziehe ja den Gummi von meinem Stick hier ab. Okay, Maeve. Spielst du das Spiel auch noch, oder? Welchen muss ich eigentlich drehen? Rechts oder linken? Den linken Stippen! Ja, natürlich. Oh, den linken, ich habe nur rechten gedreht. Maeve! Wann sollte man je machen? Oh Gott, warum ist Fully so gut? Dein Daumen. Wie machst du das mit dem Daumen, dass es dir wehtut? Sie ausdaubert, bald nachlassen. Los geht's! Ja, ja, jetzt habe ich, jetzt habe ich. Ah! Geblas auf der Handfläche, tut mir nicht weh! Okay, wir haben verloren. Beziehungsweise niemand hat gewonnen. Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh, das habe ich noch nie erlebt. Das war stark, Fully. Nein, das ist nicht so unwahrscheinlich bei diesem Minispiel. Oh, und hier bekommt dann niemand Mützen. So sollte es auch sein. Wow. Was, wow? Wenn niemand gewinnt, sollte auch niemand was bekommen. Aus den harten Gebungszeiten. So verhindert man Inflation. Meinst du, das ist besser? Ich denke, es ist besser. Ich bin gespannt, wo ich hinkomme. Ich denke auch, dass es besser ist. Äh, du kommst... Wow, das war ja auch. Nee, nee. Komm hierhin. Äh, yeah! Ja, wobei, ich laufe ja jetzt auch noch rot. Nee, ist nicht so gut. Ja, ich laufe ja noch die Wasserkamera. Oh, ja! Weg hier! Oh, Glück gehabt. Yes! Oh, ich liebe die Helikopter mit ihren Raketen. Was ist der? Nein, der hat verrückt! Nein! Du hättest eh nicht genug richtig gehabt. Hätte ich das timen können? Ja. Oh mein Gott. Bestimmt. Ja, ich hab noch nicht genug Münzen. Aber vielleicht kann ich ja noch, bevor ich wieder... Kann man das nicht überspringen, das Scheiß? Du meinst jetzt ein Turmschläger. Nee, es gibt doch irgendwo ein Feld jetzt da, wo ich wieder weggeschossen werde. Ach so. Ja. Keine Ahnung. Oh, ich muss das alleine spielen? Ja. Ja, das ist ein Einzelmini-Spiel. Warte, wir können mitspielen, indem wir dich die ganze Zeit nerven. Oh, man kann hier die Steuerung schon testen im Spiel. Das ist gut. Wie mach ich ein... Zack, okay. Alter, ich will das lesen, ich hoffe es. Das spielen nicht die Wumms. Wie die fliegen. Ich helf dir, Johnny. Aus dem Weg. Johnny, der Blaue, der Blaue. Der Blaue. Ja, let's go. Johnny, Johnny. Easy. Oh, die Sound-Effekt. Gott, ich mag die musikalische Untermalung so viel mehr von dem Spiel. Die schmeißen die. Die guten hat 64 Sounds. Das waren Zeiten. Ja. Damals, als Männer noch wie Männer klangen und Münzen wie Münzen. Du meinst Toad? So ein Mist. Ah ja, gut. Ich meine, das klingt einfach nur wie ein Mann. Peach auch. Vario klingt mittlerweile nämlich überhaupt nicht mehr männlich. Nein! Ey, sag mal. Muss ich das wirklich als Einzige an die Kanone in die Runde? Ich wollte die Kanone, Baby. Ich war zweimal. Schießen, schießen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, nee. Geh nach Hause. Ja, geh nach Hause. Geh zurück zu dem Sinosaurierland. Okay. Was macht vielleicht der Cooper hier? Du alte Scheiße. Was soll das? Oh, Bowser's Game Master. Das ist gut. Das hält. Okay, ich glaube ich noch. Das ist ein Mann im Spiel. Wir nehmen Bowser's Gesicht und ziehen. Ja. Oh, das ist super. Hm. Leider. Ah, wahrscheinlich, ne? Ich hätte gerne noch nachgeschaut, aber ja. Der sieht ja aus wie ich. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass ich das einfach starten kann. Das kam mir nicht so vor. Ich hätte mir auch gewünscht, dass du es nicht einfach so gestartet hättest. Oh, oh. Das ist kein Wunschkonzert hier, Mogi. Hm. Irgendwas ist doch noch anders. So, und was wollen wir jetzt mit der ganzen Zeit machen, die man noch hat? Ich will es jetzt nicht übertreiben. Fuck, jetzt habe ich es, glaube ich, jetzt habe ich es verändert. Scheiße. Ey, ich bin zufrieden. Fini. Fini. Ich habe einmal hier 100 Punkte gehabt. Boah, irgendwer ist so... Ach, 70? Wer war das? Ist das Maeve? Nee. Warum habe ich 70 Punkte noch gehabt? 98 gehabt. Yeah, let's go. Hätte man dann der Stimme noch was verschieben müssen? Mogi, siehst du, wo die Reise hingeht für uns beide? Warum haben wir alle gleich viele Mützen? Es ist menschlich ein Tier. Was hat sich die Augenbrauen verändert? Die Augenbrauen waren noch? Ja. Augenbrauen wusste ich nicht. Tja. Das wurde reingeschissen. Wenn ich doch nur die Beschreibung hätte kurz lesen können. Haben wir jetzt alles mal eins gewürfelt gerade? Ja, stimmt. Wenn du die Beschreibung gelesen hättest, hättest du die Augenbrauen bestimmt gesehen. Ja, vielleicht gewusst, dass du dann auf die Augenbrauen achten soll. Ja, warum wusstest du das nicht? Hast du das Bild nicht angeschaut? Vermutlich stand da, äh, pass auf die Augenbrauen auf. Auch die kann man bewegen. Yay, Zähmünzen! Aber das ist die neue Runde, die man, ach so. Ja, aber hier gibt es nicht wirklich einen Kreis, also. Doch, hier sehe ich eine Menge Kreise. Wie kriegt man denn irgendwann hier einen Stern? Man muss ja genau da landen. Stark, eine Zwei. Er hat mich ja stünzen. Ach so, er kommt ja gar nicht rein. Wir hatten halt ein bisschen Pech, dass wir die Kanonen so früh umgedreht haben. Oh, Moggi, ich möchte das nicht tun. Oh, shit. Nein, ich gehe direkt weg. Ich fahre da auf der Näs-Insel. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ach so, ach so, das dreht die einfach nur um. Ich dachte, die sind dann so... Oh, Moggi. Ist die Reihenfolge falsch rum, oder wie? Bowser fällt, Bowser fällt, Bowser fällt. Shit. Nein. Nein. Aber ein rotes. Alle gegen den Affen. Haut ihn. Schon einfach nur Donkeys Avatar unten links an seinem Profilbild. Mir gefällt das nicht. Ich gehe jetzt auch ins rote Feld, oder? Ja, du gehst auch ins rote Feld. Nee, nicht ganz. Noch nicht. Nächste Runde. Haut dem Moggi. Piranha-Verfolgung. Irgendwie als Kind hab ich sie mal verkackt, aber hier irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob man den Einzelnen... ...spieler bekämpfen kann. Ich bin auf dem Skateboard. Ja, doch, doch. Trink, ihr holt B, um Grania-Pflanzen zu entkommen. Die Spiele auf der... A-Spr... Kann ich kurz... Okay, B lauft mit A-Springen. So, ja, du siehst das ja auch. Ja. Okay, okay. Das ist halt so, wie vor einer Konsolen sitzen. Das vergesse ich immer. Okay, ich weiß, was ich machen muss. Wow. Tu-Biola. Du musst die Pflanze gießen. Können wir anfangen? Und man gießt Pflanzen, indem man mit dem Arsch auf die Wolke landet. Machen wir große Sprünge oder kleine Sprünge? Also, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass man das hier schaffen kann tatsächlich. Auf der Switch, ich bin mir so sicher, dass man mit Bayern-Party-Superstars nicht gewinnen kann als Team. Aber hier schon. Ja, irgendwie hat der Kind immer verloren. Hä? Wieso macht man da keine Stamm-Attacke? Vielleicht bist du dumm. Was ist denn, ey? Da. Ja, ich habe den falschen Klopfen. Oh, Mogi. Ah! Ah! Komm schon, Maxi, hol mir! Nochmal, 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 jetzt! Nein! Komm schon! Wie gießen sie gerade so gut? Ja! Komm schon! Yes! Nimm den Affen auseinander! Können wir drüber reden, wie unfair dieses Spiel ist? Habt ihr gesehen, wie der Baum einfach direkt vor meinen Füßen umgefallen ist? Ja, aber... Das muss man einfach aus... Verzeihung! Wir kriegen das von dir? Ja! Oh mein Gott, das war doch... Das war doch andere Zeit, ey! Aber eine hast du noch! Alter! Ich liebe es, wie grausam das Spiel ist! Hier steht jetzt nicht Spaß zu Spaß, hier gibt es einen Gewinner und einen Verlierer! Meine Fresse! Okay! Oh, nice! Ich werde mein Vermögen wieder aufbauen! Ich bin im roten Bereich übrigens! Dass man die wenigsten Felder zurückgelegt hat? Nö! Schade! Oh, perfekt! Den würde ich mir gönnen! Und ich bin noch mit... Jetzt holt er sich einen Stern! Poli, ich sag dir... Wehe, der kann das timen! Wehe, der kann das timen! Der hat geblufft, der kann es nicht timen, der hat gelogen! Doch, das kann man timen! Der geflunkert! Der guckt sich... Guck dir das? Der hat sich angeguckt, was das für ein Pattern ist! Der geflunkert! Widerlich! Es gibt ja leider noch keinen Stern! Glaube mir nicht meine Münze! Ich will meine Münze behalten! Ja, ich glaube, deine Münze! Danke! Okay, bis gleich! Das ist übrigens nicht so ein Bullshit wie Mario Party 2 oder Superstars! Also, ich kriege nicht so viele Münzen jetzt von dir! Oh! Oh! Das war nichts! Ja! Das heißt, das ist doppelt so viel, wie ich insgesamt habe! Passt gar nicht zur Spiel-Erfahrung bisher! Ja, du hast recht! 200%! Aber Münzen stehlen ist hier sehr viel fairer! Na, das ist ein bisschen zu schwach! Ich wünschte, ich wäre nicht so dumm gewesen, hätte einfach gedrückt! Ich hätte auch vorm Stern landen können! Ich wünschte, ich wäre auch nicht so dumm gewesen! Ja! Oh, wie cool dieses Spiel einfach schön ist, dafür, dass es der erste Teil ist! Oh, nee! Ja, okay! Schön, dass wieder alle weg sind! Ja, du bist gleich wieder da, ne? Du bist dann auch gleich, oder? Ach ja, stimmt! Hm... Ach ja, richtig! Na, okay! Das macht der, weil... Oh, kann ich jetzt drehen? Nö! Oh, cool! Ja, gar nichts! Fully, wie du... Nö! Ja, Fully, du wirst nur was von heute auf den Schulhof geholt! Oh, Null! Schön! Fantastisch! Können wir aufhören zu spielen! Kann ich nicht hierbleiben? Ich will jetzt nach Hause gehen! Oh, nee! Okay, warte... Wett Schulden sind Ehrenschulden, Maeve! Das ist es wert! Den holen wir hierher! What's up, Yoshi? Hi! Yo, what's up, man? Nein! Oh, du lässt dich auf dem roten Feld! Okay, fair! Hau den Mogi! Gesundheit! Danke! Kürmiskran! Nein! Das ist Hau den Mogi! Das ist Hau den Münzblock! Hab keiner, was das für mich speziell gesagt hat, aber es ging cool! Ich auch nicht! Das sind Münzblöcke! Oh nein! Das ist es! Oh nein! Wir können die alle kaputt machen, nur haben wir halt Insta-Zerstörung! Ich bin hier weg! Ah! Okay! Ihr könnt springen! Du kannst den Hammer bei der Way verlieren! Das ist nicht gut! Oh, ich hau mit meinem Kopf mit meiner Schnauze zu! Vorsicht mit dem Ding! An das Spiel erinnere ich mich gut! Oh, da haut er sich nen Sack! Ja, das ist Sack! Hallo, verpiss dich! Aua! Wie weiss, wenn ihr euch mal verpisst! Was soll denn das? Komm schon, gönn mir! Danke für die Bütze! Gönn mir! Das gibt's nicht! Achso, man muss sich noch einsam! Ah, scheiße! Ja! Ich wollte Mario noch wegschlagen! In den ersten Zentimeter werden die Schnauze gezwischt! Und da hab ich gut abgeräumt! Ja, ich auch glaube ich! Oh, ich hab zwei! Ja, ich bin nicht mehr bei Null! Stellt, ich kann mir den Buben gar nicht leisten! Ich komm da eh nicht hin, oder? Ne! Mh-mh! Mehr als so zwei kommt schon! Oh, let's go! Du könntest jetzt nen Stern kaufen! Ja! Glaub ich! Hoffentlich! Muss das nur richtig timen! Bei Bowser in der Mitte kann übrigens auch der Stern landen! Wir fliegen hier hin! Äh, da will ich jetzt vor die Bombe, ne? Ja, ja! Ja, ja! Hm! So eindeutig kann man das doch nicht... Äh, äh... Ne, du kannst es nur grob machen, ey! Ich werd mir dafür gar nicht erst die Mühe machen! Ich werd einfach A drücken! Ja, das hat mich schon einen Stern gekostet! Das zu machen! Oh, Fully wandert jetzt wieder... Ey! Komm mal her! Wieso, wieso hab ich überhaupt irgendwas gesagt? Hätte ich nicht A gesagt, wär das nicht passiert! Jo, wassup, Bario! Richtig an... Jo, wassup, Pete! Richtig an Latz hochgezogen! What's going on? Ciao! Naja... Mir egal! Oh, die längste Runde! Fuck! Wir müssen gucken, dass er keinen Stern klauen kann! Ja, wir! Wir! Ja, keine... Keine Minispiele gewinnen! Ja, doch! Von wem soll ich sterne klauen? Niemand hat einen Stern außer ihm! Ja, doch! Und ich kann nichts im Buch! Ich weiß es gar nicht! Deswegen will ich ja gucken, dass er ja keine bekommt! Hm... Von der Karte! Von der Karte! Naja... Tolle Karte! Können Sie mir was von der Karte empfehlen? Ah, pass auf! Ihr könnt mir einen Grund nennen, warum ich nicht von euch klauen sollte! Maeve? Äh... Ich bin nett! Fully! Es geht nach Verhältnis! Also der, der die meisten Münzen hat, kann das die meisten abwerfen! Fully! Okay! Das ist kein Grund! Und dabei hatte ich so guten Grund! Was war dein Grund gewesen? Uh, ein Fünfer! Ich bin noch ein richtiger Mann! Oh, ich kann Stern kaufen! So ein Mist! Okay, jetzt kommt mein Triumphzug! Triumph! Der Triumph! Der Triumph ist eine Motorradmarke! Ach, komm! Der wär stark gewesen auf jeden Fall! Nicht mehr alle gegen Mögi! Was für eine Welt! Explosiver Bombomb! Oh, da muss man weiter... Oh, da muss man weiter... Ja, weiterreichen, ne? Jaha! Mit A? Okay! Richtung wählen und mit A drücken! Oh, den werd ich Fully immer reindrücken! Ich auch! Ich werde meine Taktik nicht verraten! Und dann macht er uns fertig! Ich hoffe, Fully hat einen flinken A-Knopf! Das war meine Taktik-Journey! Das war meine Taktik-Journey! Vorsicht! Weg! Drauf! Nein! Nein, ich behalte die! Nein! Ihr sollt immer auf den, der ihn euch gegeben hat! Was soll das denn? Ihr habt doch nicht die dumme Bombe zu mir rüber! Die explodiert doch gleich! Das ist doch gefährlich! Ihr habt sie immer zu mir geworfen am Ende! Yes! Minus 15! Danke, Johnny! Minus 15! Yoshi! Nein! Und Varios Bild! Varios Bild! Ja! Das hat so viel Charme zu spielen! Das ist krass! Das hat so viel Charme zu spielen! Das ist krass! Ja! Können wir bitte mehr wieder solche... Also wie mal Partysupers, dass wir mehr bekommen? Ihr müsst aufhören, immer jemand... Ne, herzuholen! Sonst kommen wir nicht voran! Wieso sollte ich denn zu Bowser wollen? Aber Mavis... Mavis am... Ich würde zu Bowser gehen! Aber was ist denn da? Keine Ahnung! Das wirst du schon sehen! Du hast doch eh keinen Stern zu verlieren! Geh jetzt rüber! Geh da jetzt hin! Du gehst ja jetzt wirklich... Okay! Nervig gibt er ja was! Vielleicht bekommst du ein Bowser-Mini-Spiel! Wie war die Rolle? Du schickst ja alle Sterne von allen anderen Spielern oder so! Und du leidest vielleicht auch... Yo, wassup Bowser! Oh, das ist das Bonus-Dingens hier! Ja! Tja! Ich lauf sogar noch zu ihm rüber! Ich lauf sogar noch zu ihm rüber! Hast du richtig ausgekostet! Die super coole Ult... Ähm... Nimm deine Münzen! Okay! Das war ne gute Runde für mich! Er ist so nett, weil er dich überraschen will! Ich drehe dich oben! Ich drehe dich oben! Das gefällt mir gar nicht! Alter! Ja! Bowser-Kanone abgefeiert! Was hab ich euch getan? Ach komm schon! Oh mein Gott! Wenn du nur 20 Münzen hättest! Oh mein Gott! Hättet ihr mir die 15 nicht abgezogen! Hätte Bowser dir nicht 20 Münzen abgezogen! Oh nein! Oh nein! Gott! Warum habe ich... Ich wollte extra nicht beim Stern landen! Aber dann lande ich da! Ui! Da hat er wirklich nicht wo reingequatscht! Ja! Ich hätte das halt nicht zahlen sollen! Die Scheiße! Oh nein! Ich dachte es beim Land auf dem richtigen Bowser-Feld und nicht auf so einem Schwachsinn! Ich habe halt keine Ahnung gehabt! Ich wollte es mal ausprobieren was da ist! Passt schon! Was ist das eigentlich? Du darfst jetzt einfach weitermachen! Ja das ist ein zweiter Würfel! Aber jetzt ist die Frage lohnt sich das überhaupt noch zu Bowser zu gehen wenn er einen E20 abnimmt? Also ihr seht ja die sieben Felder! Und da ist ein blaues! Und da landet ein Stern! Da kann ein Stern kommen! Achso man muss in die Mitte! Das heißt wer den jetzt kauft! Ich glaube sogar der nächste könnte definitiv bei Bowser landen! Ich verstehe ich könnte bei Bowser landen! Ja das schaffst du schon! Wenn du dich reinhältst? Du hast natürlichen Charme! Du meinst ich bin äh ungewaschen? Nein nein du bist ein Achter! Ja dann kriegst du wohl auch Knallfall! So landest du bei ihm! Ich wünschte ich wäre Bowsers Knallfall! Oh nein! A und... Wie die aussehen! Wieso denn Set? Kannst du auch A und B machen! Ja ich weiß! Okay habt ihr alle... Oh Gott! Es wird schief gehen! Das klappt schon! Wird schon... Wird schon... Das wird schon! Boah! Ganz vorsichtig! Genau den richtigen Rhythmus! Nein! Ich war so gut dann ich es verkackt! Dann wollte ich zu viel! Kennt ihr das? Mhm! Sehr gut! Geh mir gerade auch so! Oh! Morgi zum Schuh! Ich hole auf! Jetzt habe ich es wieder verkackt! Ich war so weit vorne und dann... bin ich einfach zu viel! Fuck! Gibt es geschafft! Gibt es schon! Ach ne! Nicht Fully! Nicht der Fully! Ich glaube das würde besser funktionieren wenn man mit A und B gemacht hätte als mit A und Z! Ah ich weiß es nicht! Ich habe immer mit A und Z gemacht! Es gibt nicht mal ein... Doch es gibt Z noch! Jimmy ist bestimmt A und B gewesen oder? Ja aber ich habe dafür beide Daumen benutzt tatsächlich! Zwei Daumen? Ja ich habe einfach A mit dem... Beide Daumen von deiner rechten Hand! Was bist du für ein Primat! Ja so überlebt man im Dschungel! Ich benutze beide Daumen! Was?! Beide Daumen?! Freak! Entschuldigung kommt doch aus dem Amazonas! Der weiß los! Damit schwing ich am Zwei Li an! Oh! Oh wunderschön! Aber da freue ich mich doch! Ja! Hoffe ich auf das Bowser-Feld! Leider nicht! Leider nicht! Lieber auf ein rotes Feld! Achso! Äh... Ich würde... Ich würde gern zu Bauen! Verständlich! Ähm... Vielleicht kriegt er dir ja einen Stern wenn du kein Geld hast für den... Ja ich habe auch gerade gedacht ich habe ja eh kein Geld also... Nein der zieht dann einfach alles ab und sagt... Nehm ich eben alles was du hast! Oh nein! Ich will sehen was das hier ist! Die Kanonen sind umgedreht! Oh! Ich habe keine Ahnung was das bedeutet! Merken waren so nah dran! Ich habe keine Ahnung was ich nach dran machen! Das heißt ich komme zum Anfang zurück! Vielleicht! Äh... Wenn ich jetzt äh... Die nächste Runde weiterlaufe! Ne du kommst deinem... Grün! Warte von wo kam ich denn? Ich kam doch vom Anfang! Ich war doch grad beim Stern! Ich war doch grad beim Stern! Wie oft füffelt man hier eine Eins? Auf! Wiii! Oh shit! Oh shit! Hat er genug? Der hat nicht viel Geld oder? Hat er 50? Ja! Nein! Wobei... Er hat als einzige einen Stern oder? Ja ich nehme an den Stern aus in mir oder? Ja ich nehme an den Stern aus in mir oder? Ja! Immer noch nicht! Es gibt noch einen gewissen Delay! Shit! Genau drauf! Aber Fuli trifft doch immer genau das... Nein! Warte ist halt jemand mit dem Stern oder? Er hat eh nicht genug Wünsten! Er hat schon! Von der Karte bitte! Ach wieso wenn ich... Ich hab doch am wenigsten! Ich hab doch nichts! Ich hab doch am wenigsten! Ich hab doch am wenigsten! Was soll das denn? Wie sollen sie es? Ich kann Tiny Tim keine Geilzeitung geben! Ich hab doch selber nichts! Wer ist Tiny Tim? Ist der kleine Junge der auf Krücken läuft bei ähm... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Der Weihnachtsgeschichte da! Ist Tiny Tim nicht der Typ der diesen Song aus der ersten Swanshow-Folge singt? Keine Ahnung! Haven't got a lot, I don't need a lot! Ich dachte ich will have my fight! Haha! Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time! Na! Ich denke Peach kann man wieder rüber! Ich will nicht dass Fuli dazu kommt vielleicht noch einen Stern zu holen! Ich glaub Fuli freut sich sogar noch rüber oder? Yo! Wassup! Oh! Drei Münzen! Schön! Oder? Die schmecken! Oh! Die schmecken aber gut! Wann halt jetzt zuletzt schon? Aus! Aus! Sag mal existiert der lila Pilz überhaupt? Ja der existiert! Kann man das auch time? Yo! Zufällig! Boah du kommst tatsächlich in die Kanone! Ne! Wie kann ich das jedes Mal? Wieso kommt man nirgends wohin wenn man hochwirfelt? Das ist... Gibt's so gar nicht! Ich hab... Jedes Mal denke ich das reicht und dann bist du ein Feld davor! Kippleggeraden! Kippleggeraden! Das gibt's auch! Super! Hm! Das ist schlimm! Ich hasse das! Kann das nicht! Muss man eine Stamm-Attacke oder so machen oder? Nö! Einfach nur laufen! Okay cool! Ich will die Steuern gar nicht nachschauen! Danke wer drüber Steuern gedrückt hat! Laufen und springen! Scham da! Wird ihr schon mal von dem roten Panzer in Mario Kart erwischt? Oh mein Gott! Seht euch da oben! Wie viele Artefakte diese Münze... Also wie... Die einfach nur aus dem Drucker... Ich dachte kurz wie ein Van Gogh! Das... Ja! Das sieht so aus dem Druckerzeug! Das sieht wirklich so aus! Let's go! Wieso habe ich denn so eingeschissen am Ende? Ketchup oder Senf? Ich habe das noch nie gewonnen! Das war 1a! Letzter Platz für DK! Er kaut auf der Krawatte herum vor Trauer! Koggle-Soße! Moggelsenf ist mir zu heftig! Komm schon! Komm schon! Jetzt könnte ich es schaffen! Komm lande vorm Stern! Du hast es schon einmal getan Jonny! Und jetzt landet der daneben! Was? Ich werde wieder weggeschossen! Oh nein! Was dachtest du was jetzt passiert? Och man! Ich dachte... Ich dachte... Oh... Schön schön! Ich habe einfach nur anmerkt, dass Fully auf der Map einen sehr unfairen Vorteil hat! Wenn Jonny hier landet, dann bin ich ja ganz am Anfall! Wieso habe ich denn nur einen fairen Vorteil? Weil du der eine bist, der sich gezielt irgendwo hinschießen kann! Was heißt gezielt? Ich habe es halt gerade wirklich versucht! Hä? Geh doch zu Bowser! Fully will keinen Spaß! Er ist nur um zu gewinnen! Ja! Ich und Bowser haben ein bisschen Streit! Verstehst du? Nö! Fully ist nicht hier, um Freunde zu machen! Voller Zehner, meine Freunde! Kann sich sehen lassen! Kann sich sehen lassen! Aber wo geht es hin? Ist das einfach der Stern für dich? Jetzt tut der Affe den Stern! Yes! Oh! Da wollte ich ihn wirklich! Da wollte ich auch hin, Jonny! Das tut mir leid! Ja, aber jetzt spawnt er vielleicht bei mir und me! Ich will den Applaus haben dafür! Okay! Dankeschön! Ja! Es fühlt sich gut an, Kapital zu haben! Was hast du da für einen Popel? Was ist das hier? Ekelhaft! Es gibt leerer Gesichtsausdruck! Ich mag diese Krawatte! Aber diesmal doch nicht bei Bowser! Das ist pure Primatenseide! Yeah! Da kommen wir hin, Fully, oder? Da kommt Mogi hin! Warum freust dich so, dass Fully dahinter ist? Ich hab erstmal kein Geld mehr! Jonny und ich komm dann glaube ich hin! Ja, let's go! Würde ich mich auch überfreuen! Die Map irritiert mich! Okay, jetzt schön hochwürfeln! Nee, kommt jetzt erstmal auf die Scheiße! Oh ne, kommt doch dahin! Du kommst dahin, aber! Du musst nur richtig landen! Jetzt! Oh ne! Das reicht nicht! Warum ist das jetzt schlecht? Oh, du hast 49 Münzen! Oh mein Gott! Aber du kannst einen normalen Stern kaufen! Uiuiui! Nein, kann er noch nicht! Ja, aber er ist auf dem Weg! Ja, vielleicht leint dann auch jemand! Ja, aber vielleicht verkackst du auch! Ja, wow! Was soll denn das? 3 Wie niedlich Loshi aussieht! Oh, was war hier? Einzelmini-Spiel! Oh, der Singleplayer-Modus bekommt von mir 89 Prozent! Bodenrahmen! Was soll ITN oder was? Nein, die Endzone! Steht für Nintendo! Das haben sie nie bestätigt! Immer auf die spitzen Flöcke draufgehen! Oh, das merke ich wieder nicht! Ich weiß nicht, was das stimmt! Immer auf die Spitzen drauf! Siehst du? Aber ich mag den Gedanken! Das wurde nie offiziell bestätigt! Das wurde nie gesagt, dass das Nintendo so ist! Da geht das! Man sieht ihn doch sogar! Nein, nein, nein! Das sieht man gar nicht! Du hast recht, man sieht's! Also, hier, der ist safe! Der ist auch safe, siehste? Der ist safe! Oh! Und da piekt er sich im Hintergrund! Da piekst er sich! Ja, lang! Ich mein, auch wenn man's nicht sieht, kann man sich das halt auch echt leicht merken! Jetzt piekst dich doch! Man kann's nicht leicht merken und man kann's sogar sehen! Ja! Ja! Schlechtes Spiel! Können wir was besseres spielen? Ich hätte lieber einen Pilz gehabt! Ich bin ganz ehrlich! Na, Maeve, du Charmeur! Oh, Fahnenwirrwa! Oh, Fahnenwirrwa! Welche Knöpfe muss man unterdrücken? Äh... Ne... Ich sag immer nichts! A und B! A oder B! Ich hab' sie nämlich geändert! Die Schlawiner! Oh, ich find' das verwirrend mit A und B! Und dann muss ich's ja mit einer Hand machen! Das gefällt mir gar nicht! Ja, ich hab' das gerne in links und rechts eingeteilt! In meinem Kopf! Ist es auch! Du verstehst du? Stäng' mal deine grauen Zellen ein bisschen an! Ich mein' halt mit zwei Händen... Die ist links, A ist rechts! Scheiße! Moggy! Ich hab' meine gleichzeitig gedrängt! Da dachte ich mir, warte, dieser Befehl existiert nicht! Äh... Wie du noch versuchst zu schwimmen! Alter, seht euch die Möwe an! Die ist so ge-greased-greased! Mach doch was Unfaires! Boah, die Jungs sind... Was? Wully, wie... Bist du dumm? Wully war zu langsam! Tschüss, Wully! Du warst zu langsam! Erzähl das dem Richter! Der wird immer schneller, der Scheiger! Das ist super fies! Ja... Wie hast du das überhaupt gemacht, Nave? Das war beeindruckend! Ich, äh... Wusste schon die Ergebnisse! Hahaha! Da ist so ne Tabelle offen! Das kann man vorher sehen! Ja, das musst du schon im Vorfeld! Man kann vorher sehen, wo die Blubberblase unter dem Fass blubbert! Dann war das nicht richtig! Let's fucking go! Come on! Man sollte ja nicht vergessen, dass die Mario Party-Runden immer gesiedet sind, das heißt, der Mave hat ihn einfach schon ausgelesen! Ich kann jetzt nicht wieder vor der Kanone landen, bitte! Du kannst nicht vor der Kanone landen! Oh nein! Nein! Schlicht und greifend nicht möglich! Doch, das eine Feld war da grad, glaube ich! Wie kann es sein, dass ich Mave nicht eingeholt habe? Ich glaube, Mave ist eine Münze! Tja, ich weiß auch nicht, ne? Boah, wir nehmen jetzt 52 Münze! Das ist immer noch genug! Das habe ich vor! Jetzt sind 20 weg! Ja, natürlich sind es wieder... Ja, natürlich! Ja, natürlich! Neun Stück! Was hat dieser Geist gegen mich? Ja! Mave, kannst du bitte eine 3 oder sowas machen? Mach mal eine 1-Fulli! Okay! Das kann nicht sein, dass ich so weit weg wieder gelandet bin! Keine 10! 1! Du hast 1 gesagt! Du hast nicht spezifiziert, dass er hinter dich doch verstehen darf! Er hat dir Folge geleistet! Nice! Na, wir kommen! What's up? Wo hast du schon Pizza bestellt? Nö! Dann mache ich das jetzt! Okay! Was holst du dir für eine? Ähm... Natürlich die Pizza-Profis! Gönnen wir eine mit, ja! Und... Ich glaube... Es wird... Eine... Ein Mittagstisch! Weil es ist noch früh genug dafür! Einen ganzen Tisch? Ja! Die verkauften Tische! Einen nehme ich ja auch einen! Einen Nachtisch? Nö! Einen Tisch? Nein, nein! Vortisch! Was ist eigentlich ein Frühstück? Nein! Frühstück halt! Du machst ein Spätstück? Genau! Ich will Spätstück anstatt Abendessen! Der lila Pilz existiert nicht! Ja! Nein! Sag das mal Rotten Mushroom! Die existieren auch nicht! Die bilden wir uns alle ein! Okay Jungs! Meif! Ah ne! 2! Mit 3 wäre ja noch zu wenig! Wie er sich freut! Jetzt ist er echt nah dran an mir! Scheiße! Verdammt! Damien nur alt! Johnny, wo ist dein Stern? Ja, wo ist dein Stern? Ja, wo ist dein Stern? Wo ist dein Stern? Ich dachte, wir haben uns geeinigt, dass jetzt ein Sterne treffen! Oh, du hast ein Bonbons! Ich habe mich auch gefasst! Alle ohne die ohne Sterne antanzen können gleich wieder nach Hause gehen! Oh! Ich würde jetzt gerne antanzen! Warte, komm mir hin! Da war ich doch gerade in der Nähe! Meif! Jetzt halte ich doch mal zurück! Ich bleib immer vor der Bombe einstehen, ne? Ja! Es ist wirklich dein Ding! Du willst ja mit der Bombe einstehen! Los! Ich glaube, guck mal was wir früher immer geliebt! Kanonen-Insel! Was sind die Kanonen-Insel? Was? Das haben wir auch gespielt! Das ist die Frühschrocken! Das ist die Frühschrocken! Die Frühschrocken! Oh nein! 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 Die Kanonen-Insel! Gibt doch noch von! Stöckelschuhen unterwegs! Yo! Alter, was ist das Schiff! Die fucking Mühe! Wissen die Plattformen in den Superstars ein bisschen größer? Ich glaube! Oh oh! Runter mit euch! Nein! Oh mein Gott! Aua! Aua! Morgi, nur noch wir zwei! Ich werde dich nicht sabotieren, Maeve! Wir halten Hände dabei! Wir halten Hände dabei! Natürlich ist er ein Arschloch! Lass doch nichts sagen! Komm her! Na! Will ich auf Maeve springen, aber ich will springen! Oh oh! Wenn lieber ein Arschloch ist dann dieser Typ! Gute Runde war das! Ey! Stell dich vor mich! Hallo! Das animalische Team hat gewonnen! Das ist Yoshi Eraser und dafür stehe ich nicht! Atme ihm nicht so in den Nacken! Was ist das? Yoshi Eraser! Er wird einfach gelöscht! Alter! Die letzten! Er wurde nicht gelöscht! Er hat gewonnen! Nein! Er wurde von dir verdeckt! Der Sieg wurde unter Teppich gekehrt! Von dir! Denk mal drüber nach! Nein! Ich war... Ich war... Ich war sein Thomas anders! Nein! Ich gehe besser weg von Fully! Damit will ich mich nicht auseinandersetzen! Hau ab! Hau ab! Mensch! Ah, hier will ich nicht hin! Ja, komm zu uns! Komm zu uns! Einer von uns! Einer von uns! Komm in die Gruppe! Werden aber gleich wieder weg! Der haut direkt wieder auf! Der Musa war schnell los! Jetzt da ist der Stern, oder? Ja! Ach du Scheiße! Oh! Können wir Musa! Ach du Scheiße! Oha! Ey, hol mich mal her! Oh, wir müssen jetzt ein Minisch... Oh, wenn er jetzt 3 gegen 1 hat! Jungs, Jungs! Wenn 3 gegen 1 ist und wir gewinnen, verliert Moggi 15 Münzen und kann sich den Stern nicht leisten! Maeve, jetzt übertreibt man deine Lage nicht, okay? Entspann dich! Entspann dich! Werden mich gewinnen lassen, Fully keine Sorge! Oh mein Gott, ein Lasses! Oh, hör auf! Nein! Yes! Oh nein! Maeve! Duell? Johnny? Wir müssen die beiden erledigen! Das animalische Team! Reisinen Wahnsinn! Das schaffen wir! Das schaffen wir! Das ist Reisinen Wahnsinn! Das schaffen wir! Das schaffen wir, oder? Fully ist es nicht! Du kannst einfach Start, damit sie es nicht lesen! Wir sind eigentlich Gamer, ne? Oh nein! Beschleunigen... Bremsen braucht man nicht, oder? Ich glaube, da war die Sache, wenn man einmal runterfällt, da hat man ihn komplett verloren! Muss man öfter drücken, oder kann man es gedrückt halten? Das heißt, wir sollten wirklich nicht zu schnell werden! Du musst den Pillen! Ja, mach ich, Mogi! Okay, okay! Wir sind sicher! Wie die Schildkröte! Ja! Wie die Schildkröte! Wie sehr gut der alte Banane am Banane-Chiquita-Tack! Komm schon! Komm, Mogi, jetzt! Komm schon! Reines Finale jetzt! Endspurt! Los geht! Los geht's! Ahhhh! Das ist bezahlt! Oh, let's go! Oh, nee! Wie knapp war denn die Scheiße jetzt? Kann er sich das nicht leisten! Das war so knapp, wollt ihr mich verarschen? Ich brauche ne 10! Ach komm schon! Das ist ne 5! Das ist ne halbe 10! Ich könnte es aber schaffen! Kein Glück! Ich mache jetzt die Augen zu! Deshalb kann ich nicht anders in der Lage! Nee, ist völlig egal! Ich mache jetzt einfach die Augen zu! Ich gucke gar nicht hin! Okay! Er hat ja geguckt! Komm, hol doch noch! Ey, hol mich her! Oh, ein Bosa fällt! Johnny, bist du bereit? Wir sind nicht immer noch ein Team-Fushi! Du führst's außen hoch! Nein, nein! Nein, nein, komm! Oh, hol mich her! Okay! Ja, komm schon! Ähm... Gehst du Bosa oder Nebolz? Du leidest du das auf dem Bosa fällt, Johnny! Vergiss das nicht! Es sind halt alle hier außer Fully! Mach gar nichts! Geh aufs Bosa fällt! Los! Geh jetzt aufs Bosa fällt! Okay! Mal sehen, was mir jetzt passiert! Hui! Hui! Huiuiuiui! Das wird aber... Hey, du hast doch keinen Stern! Hier kriegst du einen! Wir haben lustige Spiele! Lustige Spiele! Komm, gib mal 100 Sterne frei Haus! 1.000 Münzen! 1.000 Münzen Bonus! 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 Oh, Jungs! Lass uns Johnny einfach in den Abgrund ziehen! Dann verliert er seine Münzen! Oh Gott! Dann verlieren wir jetzt dann! Ist das für uns alle? Können wir Münzen gewinnen? Ja! Wir können nur verlieren! Oh, 30 können wir verlieren! Wieso hast du so getan, als ob man mich nicht in den Abgrund ziehen wollen würde? Das ist doch eure ganze Aufgabe! Ja! Lass ihn uns in den Abgrund ziehen, Jungs! Ja! Ach was! Das Bowser! Und nicht Wario! Ah! 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 Seid ihr so gut? Ah! Komm schon! Ah! Ah! Ja! Ja! Einfach zu gut gedreht! Wie geht das denn jetzt? Ich hab mich grad wirklich angestrengt! Bin ich! Das haben wir gehört! Oh, ich hab geschrien! Das hab ich gut angefühlt! Ah! Das gefällt mir überhaupt nicht! Nee! Kann gar nicht ausdrücken, wie wütend ich gerade bin! Yes! Null Münzen für mich! Ich mag es, dass du aber trotzdem nichts bekommen hast! Ich krieg keinen Stern! Ihr werdet alle vor mir da sein! Komm ich jetzt nicht auch zu euch, Jungs? Nee, noch nicht ganz, ne? Ich freu mich schon, wenn ich beim Stern bin! Oh, Mogi! Yes! Also du bist jetzt beim Stern! Ich kann nicht mal wohin! Warum bin ich jetzt so zweitmal auf null Münzen runter? Ich falle genau hier! Oh, tot! Und vor allem, du kannst jetzt hier ständig holen! Jungs! Wo es auf Feld! Er hat sich das selber eingebrochen! Davor hatten wir auch das Team-Ding! Also da hat er auch schon nicht genug! Ja! Ich hab auch, ich hatte so oder so Endob 14 gehabt davor! Du hattest ja gar nicht 20! Ja! Er hat sich das selber eingebrochen! Jetzt müssen nur die anderen auch noch reinscheißen! Dann... Keine Sorge! Ich bin wieder zurück im Spiel! Uh! Ja! Oder ich lauf irgendwann zu nem Buh! Ah! Okay! Was bräuchte ich denn? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6! Bei nem Buh sehe ich mich! 2! Oh! Der Maeve! Komm schon! Komm, geh zu Bowser, Maeve! Okay, ich geh zu Bowser! Nein! Ich wünsche, wärs gezwungen hier ein bisschen was auszugeben! Wenn's nur 5 Münzen wären! Jetzt hat der Maeve mich schon zweimal für nen Stern überholt! Jetzt hat der Maeve mich überholt! Ich bin so froh, dass ich noch gerade so das Geld für nen Stern habe! Ja! Nach dem Hose-Ding! Yeah! Das ist spaßig! Fie! Ja, ne? Da kann man einiges machen! Oh, Resub! Dankeschön! Oh, nein! Viel, viel lieben Dank! Fudi, bist du durch Cutter weg? Ja! Sag mal, was heißt, was bist du so, so missgünstig gerade, Fullie? Halb mal dein Maul! Meinen Kopf nobody with Samallah! Oh, nein! Ich glaub, ich fresse sie jetzt! Komm ich aufs Ausrufeseichen? Ja, nein! Sonst doch wünsche, Maeve... Oder ist es És sonst doch wünsche, May!? Nur das Ausrufeseichen könnte auch schlecht für mich sein wahrscheinlich, oder? Sonst doch irgendwelchen schuldig. John, jetzt verliert! becoming the Pants Kafespace! Da können wir nichts machen, glaube ich Außer wackeln, oder? Wir können wackeln, was das Zeug hält Wir sind das Zeug Wackelt mal, ihr Dreckigen Schaut euch mich an Ah, wiederholt zappeln Ich werde richtig herab lassen Wir tanzen Oh, ihr habt den Tankmoggi Oh, ich kann das auch üben Ja, du weißt schon, was du machen musst Wie ich da hänge Münzen oder uns, was willst du? Will ich nicht das Geld? Eigentlich Oh, die junge Frau Ey, was? Ich habe das losgelassen Das fand ich fair Also, weiß ich nicht, aber Wie, hat die Münze nicht verloren? Wir können dieses Spiel nicht gewinnen Warum können wir dieses Spiel nicht gewinnen? Was soll das? Ich habe gewonnen, indem ich nicht verloren habe Ja, warum bekommen wir nichts dafür? So wichtig war mir das jetzt auch nicht Was ist denn? Das ist so unfair Was soll das denn? Naja Stimmt Dafür verliert ihr jetzt noch mal welche Ich dachte, ich komme zum Bob-Omb Wieso kann ich nicht zählen? Ich komme nicht zum Bob-Omb Siehst du? Was soll das denn? Wollt ihr schon mal beim Bob-Omb? Ja Beim Bob-Omb? Hm Heißt Bob Das ist ein Kumpel-Omb? Ist das Robert-Omb? Nein Jetzt mach Ich bin nervös Die mit dem Controller jetzt Man kann das nicht wirklich steuern, glaube ich Ich glaube, das ist ein Surrounder Warum haben wir es denn bisher immer geschafft? Ja, aber ich dachte zuerst, dass es sich wiederholen würde Warum hast du es denn dieses Mal nicht geschafft? Aber es wiederholt sich, glaube ich, gar nicht Pedalenpower Alter, von dir ist der Fahrradfahrer Ja Pedalenpower Oh, drehen Oh, dieses Spiel liebt die Dreh-Mini-Spiele Tut euch nicht weh, Kinder Ich bin mir sicher, dieses Spiel existiert nur, um N64-Controller zu zerstören Ja, damit sie sich besser verkauft Der Song ist gut Ja Bald müssen wir uns alle neuen Pro-Controller kaufen, wahrscheinlich Ich habe noch einen auf euer Vorrat Kann man nicht mit dieser Handmethode, mit der Handflächenmethode, genauso einfach die Finger nehmen Aber die Hand genauso bewegen Oder, keine Ahnung, vielleicht das Handgelenk Oder also irgendwo, wo es halt nicht so viel, nicht so empfindlich ist wie die Handfläche Wieso verlierst du nur 5? Ja, weil es ein Einzelmini-Spiel ist Kann ich nicht meine zwei Finger irgendwie so im Kreis drehen, wie eine Handfläche? Ich weiß nicht, warum es so viel besser sein soll Ich will, dass wir jetzt nicht ab 18 stellen müssen, auch weiterzureden Kann ich nicht einfach die zwei Finger und dann Johnny Vielleicht werde ich es anfeucht Johnny Johnny Keine 20 für dich Wie viel 1 gegen 3 Spiel haben wir hier aktuell? Wir ver... Oh, da gefällt mir Seiltan Seiltan Er ist auf einem Seil und wir schießen mit Kanon auf ihn Oh, Takeshi's Castle? Yeah Nur halt brutal Ich fand Takeshi's Castle so ziemlich brutal Jungs, das ist doch nicht fair Ah Ja doch Okay Lass die Scheiße Du weißt, was du machen musst, Johnny? Nee, du musst nur bewegen Okay, ich muss einfach laufen Ich weiß nicht Ich weiß auch nicht, wie ich am besten ziehen soll, aber wir sehen das General Lee Bin ich einfach raus Dein Verständnis ist eben stabil General Lee schickt seine Wacken Seine Wacken Johnny in Kampf Ich kann nichts machen Werden Takeshi's Schopen aufhalten können Ich bin euch einfach ausgeliefert Ich bin so verwundbar Oh, ihr seid scheiße Die treffen wir auch nicht Ich bin immer nur unter dem Seil Hä, ich hab doch getroffen, aber Schieß ruhig von unten weiter auf das Seil Auf das gute Tauch Ich kenne mich damit aus Das ist hier besser wie die Reeperbahn, die ich gerade langlaufen Du hättest mal die Schnauze Ja Das ist das Ziel Das ist das Ziel, ich hab noch massig Zeit Kein Problem Oh nein Oh nein, wieso werdet ihr so gut? Ja, wieso sind wir so gut? Komm schon Okay, jetzt seid ihr scheiße Da trifft nichts mehr Da trifft nichts Ich hab ehrlich gesagt Keine Ahnung, wie man das erste Spiel hier überhaupt verlieren kann Schwedisch Was? Ich kann Schwedisch nicht Aber Schwedisch kannst du da was? Ja, ja Wer weiß das? Golden Dog Das ist einfach ein Wort, das ich hier Ich dachte du, ich dachte du siehst jetzt hier Hageslack Das ist Niederlande Ich weiß, aber ich dachte, Maeve denkt, dass ich das nehm Na, ist in alles nordische Sprache Nota, finde ich Wow Das bringt mir wieder nichts Wir sitzen hier im Ventrilo Und spielen ein bisschen Dota Ich krieg nicht mal 10 Münzen Jungs, wann spielen wir ein bisschen Dota? Visita Hari Vantans, Bella Lita Dota Schau dir voll die an Wenn ihr das Spiel nicht verloren habt, könnt ihr jetzt einen Stern klauen Ja Schau ihn dir an Ey Kann ich irgendwas machen eigentlich? Nö Ja, du kannst sie über dich ergehen, lass uns hoffen, dass es nicht zu kalt wird Ja, es schaudert mir schon über dem Rücken Ja, ist normal bei Geistern der Nähe Ey, guck mal, wir haben Ich hab jetzt auch 60 Münzen Ich will, dass die Rose und die schwarzen Bomben zu bekommen Das war so voll das Ding Yo, Mogi Ich hab nicht genug, alles gut Gibt es beim Stern? Ja Zum zweiten Mal laufe ich drüber und ich hab kein Geld dafür Alter, das kann nicht sein Ey, die Kay, du schon wieder Mir wird die ganze Zeit weggeschnappt und Mogi hat immer kein Geld Ja Ich kann nichts machen Ja Ihr könnt einfach nichts machen Oh, Mogi hat einfach die Geld Der ist einfach immer so arm Kann mir auch nicht leisten Ist ihm das nicht peinlich? Noch nie! Oh mein Gott! War der Welf jetzt der dritten? Nein Warte, du hast auch nicht genug Oh! War die Kay gerade hier? Let's go! Ich such ihn Wichtig Der ist dann weg Die Wirtschaftslage macht es für uns alle ziemlich schwer aktuell Ja, das war Wildes Ausschneiden Oh, das war wild Wo sind unsere Schutze Kopfhörer? Schutze? Hast du was mit Helm? Na, Helm braucht niemand Oh, Mogi geht nach unten? Die Lärmbelästigenden sehe ich auf jeden Fall Moment, die geht nach unten Oh, ich bin so schlecht Oh, nein Jetzt kommt da mal an Und innen oder gegen den Uhrzeigersinn das machen wir, glaube ich Oh, das Spiel Das Spiel gab es dann auch in diesen In einer Netflix-Serie Das ist eh nix Ja, das ist eins der Squid Game Games Ah, genau, Squid Game Fully Was ist da los? Oh, Mayfair Strong Den habe ich doch, oder? Scheiße Was? Ich habe 1,90 Euro, das reicht trotzdem nicht Oben lang gehen ist es für uns Ja, aber eigentlich ist es ja symmetrisch Also, was da für ein Ich mag es, John Kong seine Krawatte richtet Ich hasse es Es ist ein bisschen warm hier Warte, warum bekommen wir jetzt alle Es ist einfach aus dem Paint Ja, weil hier alle gewinnen können, wenn sie die Mindestanzahl der Punkte erreichen Ach, aber bei dem 1-3-gegen-1-Spiel, wenn Johnny verliert, bekommt niemand Münzen Niemand Obwohl ihr gewonnen habt, basically Nicht nur basically, wir haben gewonnen Ja, das bedeutet basically Basisch gesehen habt ihr gewonnen Also ich finde, das ist eher logisch gesehen Kann halt nur einer verlieren Nicht alle drei Deswegen Yo Komm schon Oh mein Gott, das ist so oft vorm Stern Nein Links Nein Willkommen, Johnny Ich hatte so oft die Chance Wir hätten jetzt übrigens auch Mayfair und ich könnten uns den Stern jetzt auch leisten Aber es ist zu spät Wie kann denn das sein? Warum diese dummen Einspieler Spiele sind auch ein bisschen nervig, muss ich sagen Ja, die können ein bisschen den Flow unterbrechen Der lila Pilz macht, dass man aussetzt Ich würde sagen, sie können es nicht, sondern sie tun es jedes Mal, wenn sie auftauchen Unterbrechen, ich nehme aufs Neue Oh, das sieht so cozy aus Bisschen creepy, aber ich lieb's Ne, ich muss den Anführer hier herausfinden Boah, das ist Das ist ein wundervolles Game Vor allem fürs Anführer 60 sieht es super aus Wie sehen die denn aus? Falsch Shit Boah, da kennen wir denn den Anführer Der macht als erstes durch die Bewegung Sie ist einfach weg Habe ich auch ein anderer gedacht Ich wäre noch nie gut in diesem Minispiel Aber irgendwie Ich finde das schwer Siehst du, ist so gescheitig von mir Oh, Moki sagt Du wusstest, dass der eine da war? Ja Noch nie gut in dem Spiel Aber Ich fasse es wirklich nicht, dass ich neben dem Stern gelang bin Nicht schon Gott, ich hätte überall landen können Es gab so viele Felder, die gut gewesen wären Wisst ihr, ob der lila eine Pilze nach hinten laufen lässt? Zufällig Ne, ne, der lässt sich aussetzen Oh, warte, warte, das ist gut Das ist gut Das könnte, wir werden sehen, ob es für jemanden von uns Dann komm ich jetzt zurück Also für mich ist eh egal Wahrscheinlich, weil ich eh jetzt weggehen muss Ah, nee, für mich ist es echt scheißiger Ja, für euch ist es nicht gut Ich hätte schon mal mit der Kanone treffeln sollen Dann wäre es gut Ich bin schon wieder eins gegen drei Oh, Kürbis Kran Okay Bei Kürbis Kran muss man da A gedrückt halten Nein, du musst tippeln Oh, was, man muss tippeln? Ja Oh, das ist cool Wir stehen einfach nur da und sehen, ob wir gewinnen oder nicht Ja Wer steuert das denn? Ich sehe nicht, dass du schnell genug erkennen kannst, in welche Röhre du das reinhauen musst Dann du selber gewinnst Also schon, aber wie? Doch, doch, ich sehe das schon Maeve? Ich scanne das richtig ab Wer steuert das? Maeve Okay, viel Spaß Hast du abgescannt? Ich hab's Ja Pass auf Das hier bin ich Das bin ich Ja, pass auf Meins hätte man Ich sag schon mal danke Maeve Ich kann es nicht so schnell sehen Oh, das läuft nicht gut für mich Ich sag schon mal danke Maeve Doch, ich hab's wirklich Ich hab's bei mir wirklich gesehen Das ist ja wirklich Oh my god Ja, hab ich Wüsste ich doch Ich hab gesagt Das ist kein Danke Maeve Wieso darf Maeve das steuern? Weil Maeve der einzige Spieler ist Weil ich rot war Das ist das Alter, wir gehen einfach um und zuck Ich fände es eigentlich fairer, wenn uns ein paar Münzen abgezogen werden würden dafür Nein, nein, das wär ja ein Schatz Du bist ein Schatz Du bist ein Schatz Sei ein Schatz Ich glaube, Peach gewinnt Sei ein Schatz Komm schon Was soll das denn? Aber man kriegt hier nichts an Boni Dafür kriegst du jetzt einen Stern Kein Boni für den Joni Du kriegst nicht mal einen Stern Aber Volli Das halte ich jetzt Kannst du dir vor sein, wenn du nicht die kalten Spaghetti aus dem Sieb Aus dem Abfluss fischen musst Worma schlafen gehen Mein liebster Teil des Abwaschs Ist das Sieb aufzuesen Nein 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 Ich schieße noch mal, oder? Ich schieße noch mal Noch mal weg Und dann werden die Kanonen wieder gedreht Und dann kommst du zu Bowser Aber ich so weit wie möglich weg bin davon Geh mal zu Bowser Oh mein Gott Oh, da war er doch Fast Ah, doch Oh Ah, Reste aus dem Abfluss Seid ihr jetzt eher Froop oder Fruchtalarm? Ich sag Fruchtalarm dazu Ich auch Der weiß, dass alles schon kultiviert ist Oh Volli, du meinst, für dich ist die Kanone gut? Für mich sind das Froop Wie ist es dann für mich? Du kannst jetzt theoretisch zum Stern Oh nein, theoretisch Und gute Grüße aus der verkalkten Abflusswelt Ich schaue einfach weg, okay? Und dann drücke ich jetzt Okay Das habe ich auch gemacht Nicht die Hände Nicht die Hände Aber von den Händen kommt das Pfeifen Okay, okay Es gibt aber auch Ingame in Mario Party solche Sachen Oh Ja, ein Super Mario Party Du musst die Runde aussetzen Oh, tot Er ist einfach rausgefallen und erleben Oh Gott, er wird vergiftet Jetzt haben wir den Münzblock Schon wieder Das ist richtig schockiert Jetzt hauen wir den Münzblock Wer hat den Hammer? Verreckt und jetzt Jetzt haben wir einfach den Münzblock Oh, Johnny hat den Hammer Johnny hat den Hammer Ich hab den Hammer Okay H-A-Doppel-M-E-R Hammer Komm schon gut Ich dachte, es kommt jetzt Hammer-Time oder so Hey, Morgi Ich will euch einfach nur verbrücken Hey, wie? Wie? Du kannst ihn mir klauen Ja, merk Das ist jetzt meine Hammer Alter Das hatte ich euch beim letzten Mal gesagt Ich höre dir nicht zu Danke Du Arsch Alter, das ist meins Oh, meine Pizza ist da Meine Hammer Ja, hol dir Oh, nee Komm schon, Fully Ich hol mir das Hab's Das gibt es neue, oder? Nee War eine gute Runde Ey, lass mir einfach Johnny's ganzes Geld klauen Hab ich doch gemacht Ah, gut Sieben Nice Alles geklaut, was er hatte Ja, sehr gut Jetzt müssen wir auf Johnny warten Ach, er ist natürlich Erster Bist du aufs Klo oder geh ich auch schnell? Nee, jetzt ist eine Pizza holen Na, dann geh ich auch schnell Dann geh ich auch schnell aufs Klo Gibt es ja eigentlich keine Items? Nein Im ganzen Game nicht? Nein Boah, stark Stark Ich komme nochmal vielleicht zu Trinken Nein Ein paar Runden habe ich noch Brauchen wir schon vor die Kanone? Ech Nein Ech Ich komme noch zum Stern, keine Sorge Ich komme zum Stern Ich will zum Stern Das wird nichts, Fully So nicht, Fully So nun aber nicht Okay Ich mag es immer noch Dass Johnny die Pizza von der Türb geholt hat Und Maeve so Oh, ist Johnny aufs Klo? Der ist aufs Klo gegangen Nein Yes Er ist immer noch weg Warte, Maeve dachte ich bin aufs Klo Aber warte mal Ich habe die Kanone umgedreht Zu schade, Johnny Es hätte nicht lauter um Pizza gehen können Ach komm schon, Fully Nein Ich bin so weit weg vom Stern wie möglich Ja So, wo komme ich jetzt hin? Moggi Moggi kann sich jetzt einen Stern vielleicht gönnen nochmal Schon wieder? Ich gönne mir jetzt hier ein Stück Oh, danke, Fully Heißen Dank, dass du mir noch eine Chance gegeben hast Also die Wohnzahlen für Dezember steht fest, ne? Nee, fass doch auf, Toilette Ich kann nicht einfach den Johnny machen Nee, ich habe mir eine Pizza geholt Aber guck mal Ich hätte trotzdem zweimal A drücken müssen Skateboard Fieber, yo Du erst mal den Skateboard Park sauber finden Alter, jetzt wird es tubular Lenn, du erst mal Okay, ich habe es verstanden Mit B-Schwung holen Mit A-Springen Ja, du erst mal schlagfertiger zu sein Du, Dings, Trottel Sick Geburts, Jungs Oh, falscher Knopf Warte, warte, ich habe Muss man in der Richtung noch zusätzlich drücken? Nein Vor allem Moggi meinte noch so Okay, ich habe es verstanden So richtig laut Oh nein Aber ich habe doch Mit B-Schwung holen Mit A-Springt man, oder? Ja, du hast falsch rumgedrückt, scheinbar Nein, ich habe ja Keine Möglichkeit Was willst du für Moggi? Also ich weigere mich, das so anzuerkennen Nö, das spiele ich nicht mehr Hey Hey Ich spiele nicht mehr mit Hey, hey Moggi Siehst du, was da steht? Siehst du das doch nochmal vor, was da steht Vielleicht kannst du dir noch ein paar Informationen entnehmen Okay Also mit B-Schwung holen Und mit A-Springen Das macht Fully so sauer Jetzt mach Da komm jetzt Mach Fully hat er trotzdem gewonnen Ja Warum? Wie kann das sein? Warum? Ja, gut in dem Spiel Hä, warte, was soll die Scheiße? Schiss Ja, jetzt mal erst was Nein, von Rieke kann ich das nicht erklären, was ist gerade passiert Ja, für Ich war erster Ich war erster Wenn der Fall gewonnen hat, habe ich gesagt, Fully gewinnt Ja Ich meine, das ist doch ein ganz eindeutiges Indiz dafür, dass er weiter vorn war Ja, aber wodurch war er weiter vorn? Man konnte doch nur am Bildschirmrand Ich war halt schneller am Tippin als ihr Wir waren doch alle am Bildschirmrand Ja, aber Fully war weiter vorne am Bildschirmrand Ja Ja, immer die Schnauze, Fully Okay Oh, ein Minusfeld Mate war doch eindeutig schneller als wir beide Geht zu Bosa jetzt Fully hat sich doch hier eingekauft Komm, geht zu Bosa Alle guten Dinge sind zwei Ich mag den Helikoptersound Der klingt wie Karlsson vom Dach Er ist Karlsson vom Dach Schau dir mal den Propeller an Ich hau hier direkt wieder ab, oder? Ne, doch noch nicht Oh Gott, schon wieder Kann ja nicht irgendwas anderes bekommen, keine Ahnung Stern oder so Ja, genau Es müssen doch ein Sternfeld Warum bekommen wir kein Stern? Tanz den Limbo Oh, Hütchenspiel Oh, Hütchenspiel Das ist so fair Bist du bereit? Vielleicht gibts doch hier einen Stern als Belohnung dann oder so Tanz den Limbo Oh Leute Er verkackt Ich bin ready Oh nein Lass mich in Ruhe Und da ist der Schatz drin, ne? Guck mal da Da war er, glaube ich Siehst du? Ich glaube der ist jetzt da Mario, schau mal hier drüber Ey, schau mal hier Johnny Es ist mittlerweile hier Es ist mittlerweile hier Nicht vermitteln lassen Oh nein Johnny Nicht blinzeln Nein, nein Pass auf Ja, er ist jetzt hier Oh shit, da ist er Ich glaube hier unten ist er Johnny Ey, ich wurde voll verrückt Da, da Hier unten Das ist er Sicherheit Yes Das hat nicht gut geklappt Kann ich mich verarschen? Du hast mir geglaubt? Was soll das denn? Hast du ihm gesagt, woher er ist, Fully? Ja, weil ich dachte, er glaubt mir da nicht Ich hab dir nicht geglaubt, ich hab das selber am Auge behalten Jaja Fully ist ein Verräter Nein Ich krieg noch meine 100 Münzen diese Runde Es war umgedrehte Psychologie, ich hab ihm gesagt, wo es ist, am Ende seiner Haare ist Nein, ich hab dem Feind Ressourcen und die Formationen über unseren Aufenthaltsort gegeben Ja, damit er denkt, es ist gelogen Das ist ne Taktik, okay? Das ist Strategie Und wie gut legen sie auf? Nein Ich hab Fully, ich hab wirklich nicht auf Fully gehört Kannst du als nächstes Strategie bitte mit der Löschung beginnen? Okay, lösch dich Du kannst auch aufrufezeichen wiederkommen, ne? Ja, fuck Aber machst du nicht Bis jetzt ist noch niemand auf dem Ausrufezeichen gelandet, kann das sein? Nope, kein Schenstein 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 Mogi, mach Was? Let's go Oh, ne Oh, fuck Bestimmt genug Um jemand mit zwei Sternen Abstand einzuholen Ich geh gleich pro Sterne Ja, es geht ja darum, dass ich gewinnen will Es geht darum, dass Fully nicht gewinnen will Es geht darum, dass Fully nicht gewinnen will Es geht darum, dass Fully nicht gewinnen will Oh, das ist ein gutes Spiel Wie hast du aufhört, jemand dringend zu drücken? Okay, man kann springen, man kann schlagen, kann man auch Stampfattacke? Nein Was müssen wir machen? Stehen Du Ich lebe die Schlag, haben wir jetzt von Donkey Kong Ich kann auch in Smash Bros Okay Ich hab damals immer Donkey Kong gespielt Ja, ich auch Das war mein erstes Main Sozusagen Also Erdbeben und dann der aufgeladene Schlag Hm Ja, das war einfach ein Kämpfer Ja Leg dich nicht mit Warme an, wenn's um Geld geht Der ist das gewohnt zu nutzen Ja Aber wir müssen den Rücken angreifen Nein Lass mich los Das aussieht Nein Das ist Du kommst ja sehr klein an Nein Da wird abgesahnt Echt? Meine Münzen Da ist doch noch mehr zu holen Nein Das holen wir doch direkt von Moggi Ach Scheiße Bulli Ich hab so wenig Geld Das war keine Absicht, ich wollte Moggi holen Ich hab so fucking wenig Nein Ich hab so wenig Geld Oh Gott Aber bei Warme kommt gar nicht mehr Klo, glaub ich Ich glaub Nein Da kann ich mir nur noch was rausholen Nein Ey, du hast nur noch ein Kleingeld Was soll das? Gib mir mal deinen Sack Ey Gib mir mal deinen Sack War da vorne noch eine Münze bei Yoshi drin Aua, Aua Ich geh doch nicht mit Null raus aus dem Spiel Hab ich nur eine bekommen? Hab ich nur eine bekommen? Gib ich noch was? Peach hat mir die ganze Zeit meine Münzen geklaut Oh nein Ich geh doch nicht mit Null raus Hast du verdient, du Arschloch Nein Das animalische Team In guten wie in schlechten Zeiten Ich bin mit einer Münze plus hier raus Hab dann die Taschen leer gekrabbelt Dann wird jetzt erstmal geblecht Wow Wie war das nochmal? Du kriegst die 100 mit Null zu Johnny Ja, jetzt nicht Er ist schon bereit Er ist schon bereit Das war nichts wahr Keine Ahle, wo du landest Ja, aber du kannst ja richtig landen Das ist ja schön Vor der Bombe Ah Aber Eignisfeld? Ne, auch nicht Das ist keine Bombe, das ist ein Bobbomb Was soll das? Komm von den 1 Ich wollte auch eigentlich keine Rune sagen Wenn du nicht mal ihren Namen weißt Dann kannst du auch bei ihr nicht einfach so landen Das ist wahr Hab ich gelernt Das ist das Problem Von Moggy gerade Deswegen landest du auch bei Bowser nicht Bei wem? Oh, aber ich kenn Bowsers Namen Die Schildkröte? Mhm Oh hey, wie wärs wenn ich alles doch mal umdrehe Bei wem? Die Schildkröte Du drehst das immer um, wenn es für mich wieder ungünstiger ist Mhm Euer Teamplay ist halt einfach miserabel Mhm Ich hab auch nicht ganz Ich bekomm den Fragezeichen-Feldstern Ja, leider Und den Münchstern Ich werd hier sowas von mit Null rausgehen Naja, voll die gewinnt noch Weil er die meisten München noch hat Und vielleicht den Minispielstern Ja, ich bekomm auch vielleicht eine Bonussterne NEIN Warum lande ich nicht bei dem Stern? Weil du es verdient hast Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier hinter dem Stern lande Ja NUEL Es gibt hier noch nicht Ernsthaft, ich bin jetzt wirklich dreimal hinter dem Stern gelandet Auf diesem Feld, das ist doch dämlich Tschüss Ciao Ok Das stimmt, das ist dämlich Oh man, ich war ganz kurz auch von der Wegen des Feld Kugel Chaos Was kann man denn jetzt noch reißen? Ich habe das Kugel Chaos Wir laufen auf Kugel und müssen uns runterschubsen Ja Und das ist Chaos Oh nein Es ist das Spiel Was ne Scheißrunde Star Oh mein Gott Was haben wir für Bälle? Und das steht immer diese Gesichter drauf Ja Den Fully will keiner haben Hey Das sagst du immer Fully Lasst euch mich bloß in Ruhe hier als Team So jetzt brauchen wir Ja Genau das Genau das Ja der verdient Hol mir den Schwung Hol mir den Schwung bei Maeve und dann mach ich ihn fertig Mach ihn fertig Lösch ihn Warte warte ich mach jetzt Toro 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 Ja War nicht so viel Schwung Nimm nochmal Anlauf Fuck Johnny Oh nein Johnny Wieso hab ich zurückgezogen? Ich bin so dumm Ja das weiß ich jetzt auch nicht Das kann ich jetzt auch nicht sagen du Zu zweit ist das so dumm Oh 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 was? Ich glaube es wird niemand verlieren Na Naja nur wenn einer nochmal sowas hier macht Warum machst du das dann? Damit ich dich doch noch bekommen könnte So zählt das Spiel Oh Dann zählen wir doch mal Könnt ein bisschen spaßiger sein auf jeden Fall Ja Oh cool Dann kommt niemand was Letzte Runde? Hmhm Letzte Runde Oh Mann Oh Gott Starke Runde Wario Nein Starke Abschluss Auf Peach kann es aber jetzt schaffen mit 1 Hm Okay Ich glaube Fuli möchte gar nicht auf ein eigenes Feld kommen Letzter Versuch Versuch für was? Hm Oh du kannst beim Boohoo warten Für was? Hm Gute Antwort Fuli Nein Was? No Eignes Feld? Ich war nicht einmal beim Stern oder beim Boohoo Ich gehe nochmal weiter Oh ne 10 Yo Ich habe ziemlich viele Felder zurückgelegt So sagen wir denn hier nichts Obwohl doch ich war beim Boohoo aber ich hatte keine Münzen Nein ich nehme noch 20 Münzen mit Ich nehme ja noch Nikola Kindersleben muss ja eben bei mir auf der Insel So warte kann ich jetzt nochmal Komm ich jetzt zum Stern wieder rüber? Nein Ne der war da ganz rechts Kannst du Bowser gehen Geh mal zu Bowser Kann er wirklich? Ja kann er Ja warum nicht? Kann er? Jo Kann er Ich mach mich hier noch schick bevor ich zu Bowser rübergehe Ich bekomm noch ein paar Münzen wie es aussieht Was ne Character Act Du bist am Ende doch bei Bowser gelandet Nein Und du triffst das einzige nicht eigenes Feld noch Ja ich hab noch nie Ich bin der einzige der kein so ein Single Player Spiel hatte Oh nein Oh echt? Ja ich hatte keins Boxenhaufen Wahnsinn In die Rennbahn In die Rennbahn In die Rennbahn Es wird gerennbahnt Boah, stöter auf Jo Das ist fucking cool Okay wir müssen einfach nur in die Richtung drücken Ja Wir haben unseren Körper verloren Ne 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 Wir haben unseren Körper verloren Ne es ist nicht Carrera Man muss den Speed anpassen Wir müssen aber nicht in die richtige Richtung drücken oder? Achso drücken beschleunigen und loslassen es bremsen Okay Ja Müsst du doch die richtige Richtung drücken? Ne ne? Das kann ich eh nicht Nö Einfach nur beschleunigen oder Nicht beschleunigen Es geht im Kreis Der Toto Ja Nö Nö Der Fully der hat das wieder geübt Ach komm schon Geh grad doch mal ins schleudern Fully Nö Wie macht der das? Ah wenn man außen fällt ist es weniger Oh Das ist scheißegal Shit Nein Das war knapp Fuck Ich war auch kurz vorm Ziel Aber natürlich musste ich Ich wusste nicht dass man am Anfang dann Mario Kart Shitstart macht Ja ja Naja würde ich jetzt auch sagen Ich hab bei Rot Ich hab bei Rot Ich meine ich wusste es auch nicht Ja Nicht so viele Sterne Jungs Also bei einem von uns lief es aber sehr viel frustrierender als bei Fully hat sich alle geklaut bekommen Verdammt Hast du den Stern? Okay Spielstern Meiner? Yes! Ja natürlich Oh meh Damit hab ich alle ich hab gewonnen Der Typ weiß ja auch wie du hast alle Oder? Wie was hast du alle? Ich krieg mal den Münchstern Guck mal wie eklig Fully schon wieder ist Ja Oh mein Gott Und ich glaube auf Fragezeichen Ja Fragezeichen wahrscheinlich Ich war zweimal im Minimum Oh mein Gott Mach's ne Wunde Seher und ihr habt hinterfragt warum ich den Stern von Peach geklaut hab Ja 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 Nein nein Das ist zweimal noch ne linke Nummer Also ich sag wie es ist Fully hat das Spiel Fully hat also richtig gemacht Das hat trotzdem nicht gereicht Fully kannte die Map Kannte das Game Ja er hat doch wieder vorher geübt Eindeutig Was heißt vorher geübt? Ich kenn das Spiel einfach Ja auch dafür ist wir im nächsten Mal ohne Fully spielen Ja Ich brauch's an Was ist denn das? Ja ich bin jetzt ein Superstar Was ist denn das? Wir werden hier diesem Schlachtfeld Frieden bringen Und Johnny wird weggeschossen Der Stern wird jetzt in den Himmel geschossen Ja 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 und einfach die Luft jagt Mein Glücksgroschen Weihnachten Die ist für die Laufbahn der Fazit Hä haben wir Fully auf den Mond geschossen? Das ist ja eigentlich ganz gut geworden Nein 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 Oh no Oh no So Hey wir sind hier oben Gute Runde Weißt du Muggies hätten uns schlimmer erwischen können Ja Wir hätt doch Wario sein können Also das ist nicht ganz gut soweit Ich mag den Wario sein können Das war Schwachsinn Gibt's Statistiken? Ja es gibt Statistiken Animation Leute Oh Gott Genaue Ereignisse mit Start Ihr seid wirklich einfach nur dabei Ich hab nicht mal ne Animation bekommen Geld neun Warte 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 Gehen wir zurück Das ist die Menge an Minispielen gesammelter Münzen Ich hab in Minispielen neun Münzen gesammelter Ich hab in Minispielen neun Münzen gesammelter Ich hab in Minispielen Ich hab in Minispielen Ich hab in Minispielen Was gewonnen Aber ich hab hier auch einige verloren Ja vielleicht hast du was gewonnen Aber ich hab dir ganz schön viel abgezogen Vielleicht hast du da alle verloren Ja Ob ich abgezogen oder auch abgezogen werden Trotzdem das Verhältnis aus deinem Münster zu uns Aber das ist dein Spielstand Also bekommst du jetzt unseren ganzen Kram Oh ja den hab ich mir verdient Ja Nein warte da stand am Anfang Fulltime hat die Kontrolle Ne 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 nur weil er stark gedrückt hat aber nur 7 Sternen 600 Münzen ordentlich Bei 100 Sternen gibt's ne neue Map Was ist denn hier los? Ja Mogi dann schalt dich mal frei ne Der Titlescreen ändert sich immer Je nachdem welcher Charakter gewonnen hat Natürlich Wario an während der Sahne versenkt Ja ja genau Oh hey die Map kennen wir Die Torte Das ist doch ein netter Vorgeschmack für den nächsten Part Ja Wir werden die Torte nicht spielen Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschau Tschau Vielleicht werden wir sie spielen